Tut das auf? Tut das? Nimm das jetzt auf? Harte Sparze! Tessa und ich dachten uns, komm wir gehen mal in einen richtig coolen Griftshop. Aber in so einen, wo die Hips da auch hingehen. Und wir sind jetzt... Ja, ich weiß auch nicht. Oh, wie hoch der Stuhl da ist. Ach, Tessa hat schon was gefunden. Ja, schön ist was anderes. Pass auf, vielleicht finden wir ja trotzdem was. Es ist Samstag, 9 Uhr morgens. Und das ist das was ich höre. Hallo! Ich sitze im Auto und fahre jetzt zu Ikea. Da fahre ich mit Emilia und Katrin hin und danach fahre ich nach Huntington Beach, weil die Familie von meiner Gastfamilie, die macht da eine Weihnachtsfeier. Ich bin natürlich zu spät. Wir wollten uns um 12 Uhr treffen. Es ist 11 Uhr 57 und jetzt geht's los! Hallo! Ja, das ist die Realität. Ja, das ist die Realität. Ich bin so glücklich. Emilia und der Paradies. Ich bin so glücklich. Wir sind sehr glücklich. Mein, mein Rumpf? Warum? Kaputt! Kaputt! Nicht deiner! Nicht deiner! Nicht dein! Ja, nehmt. Mein Boot geht kaputt, das ist Deiner. Das muss ja Deiner sein. Echt, Franz. Oh Gott. Und wir machen jetzt unser Volunteering. Seid ihr schon gespannt? Ja. Motiviert? Ja. Wollt ihr, dass alles ins Video kommt? Scheiße. Wir haben so viel Spaß beim Volunteering. Es ist, ihr habt auch schon so viel gemacht. Es ist hier einfach ein Messiehaus. Das war mir jetzt so. Ich habe das Video, arbeiten in einem Messiehaus. Ich habe mein Weihnachts-Outfit und Silvester-Outfit fertig. Ich bin der Tannenbaum. Ich bin der Tannenbaum. Wir machen heute ein Messiehaus. Ich habe schon so ein bisschen was rausgeholt. Und Deko zeigt, ihn hier muss ich schon verarzten. Mit dem ist der Kopf abgefallen. Mit dem Hund ist das Bein schlägt mir abgefallen. Ich habe manchmal was kaputt. Mé Calon. dude ist Darm Bourdieu, ich denke nicht. Okay, wir sind hier grade in der Suppenküche. Küche en Costa Mesa. So heißt das hier. Wir haben jetzt hier gerade, was haben wir alles gemacht? Kartoffeln geschnitten, wir haben Kartoffeln gepellt. Was noch? Kartoffeln, 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 Kartoffeln. Ja, Kartoffeln. Oh ja, Fruits, Fruits, Fruits. Wir haben Früchte geschnitten für die Deutschen. Norddeutscher Ranks shelf millor. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.